Wenn Sie in einer großen Tabelle scrollen, lassen sich die angezeigten Daten in der Regel nur noch schwer zuordnen. Deshalb sollten Sie in großen Tabellen die Überschriften Zeilen bzw. Spalten fixieren. Fixierte Zeilen und Spalten bleiben beim Scrollen immer sichtbar. Wechseln Sie hierzu zum Register Ansicht und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Fenster fixieren. Um schnell die oberste Zeile zu fixieren, klicken Sie auf den mittleren Eintrag. Mit Hilfe des unteren Eintrags fixieren Sie die erste Spalte der Tabelle. In der vorliegenden Tabelle möchten Sie immer die Kundennummer, den Firmennamen und sämtliche Spaltenüberschriften im Blick haben und deshalb sowohl die Spalten A und B als auch die erste Zeile fixieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor. Aktivieren Sie die Zelle, die sich direkt unter bzw. rechts neben der zu fixierenden Überschrift befindet. Klicken Sie im Register Ansicht auf Fenster fixieren und wählen Sie den obersten Eintrag. Über den Eintrag Fixierung aufheben lassen sich bestehende Fixierungen wieder entfernen. Taunmittel A81 Aance A81 AAD A81 Azza Untertitelung des ZDF, 2020